Willkommen zurück Hallo Ähm, Map Ah ja, wir müssen noch den Rotbauer töten Ja, müssen wir Ähm Ah ja, wir waren uns gerade dabei hochzuschleichen Ach, die waren gerade alle alarmiert und wir haben gewartet, bis die nicht mehr alarmiert sind Richtig, korrekt Da hinten ist ein Ausrufezeichen Ach, mit Mausrad kannst du die Schulter wechseln, wenn du drauf drückst, gezielt Ähm Hä, warum sind die überall Ausrufezeichen? Ich schau mal, ob ich den über mir, den gelben, mir den irgendwie schnappen kann, weil der sowieso gerade runter geht Ja, da kommt ja auch einer runter Ja, den kann ich mir vielleicht auch schnappulieren Ich weiß nicht, was die da alle für Probleme haben Oh shit, äh, die sehen gleich die Leichen Alla die Wieso gehen die Darts Wut, meine Ah, das schießen wir uns nicht gut Ja, ich habe auch nicht gewusst, dass es gleich, äh Oh shit, ich muss die Leiche da wegholen Nein, 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 du wirst doch das hat Ah, wie leiche Und tschüss Nein, jetzt kommt andere wieder runter Einer ist ja schon, einer ist schon mal weniger Ah, keine Sucht Wow Er war irgendwie, ich wollte den gerade, ich wollte den mir gönnen Also, ich wollte den ausschalten, dann hat er sich umgetreten, war wieder, ah, das ist alles in Ordnung Und dann war, ist es so Wow, da ist ja einer Wow Wo kommt der her Ups Das heißt, ups Habe ich dich erwischt Sind die mehr oder ist das nur einer Hier unten Das ist nur der eine da unten Oh, dann könnte ich mir den ja eigentlich gönnen Könntest du ja Wenn er nicht die ganze Zeit wegrennen würde Der rennt so weit weg Ah, jetzt steht er mitten im Licht, na toll Naja, steht er nicht mitten im Licht Ja, aber ich muss durchs Licht gehen, um ihn zu killen Sagen wir es mal so Wenn er so bleibt, dann kann ich mich eigentlich von hinten Arsch Wow Ganz ruhig, ganz ruhig Wow, wow, das war knapp Oh Gott Alter, weil du so einen gelben Pfeil oben hast, Alter, ist das ganz, ganz schlimm Ja Geht mir auch im Warnschuss Da denke ich immer, einer läuft daher Die Leiche muss weg Wir müssen gerade kurz ruhiger werden Wir müssen wieder ein bisschen abwarten hier Weil irgendwie geht gerade alles Ganz schön Wenn er alleine ist, ist ja okay Perfekt Hier ist auch einer, die muss sich fast loswerden Er patuliert hier die ganze Zeit Kommt er nochmal hier runter, oder? Moment, ich bin irgendwo da unten jetzt drin Speicher mal Wenn wir schon mal dabei sind Komme ich den da jetzt hoch? Ah, so Der kommt wieder runter Natürlich, in dem Moment Dreht es sich natürlich wieder Um den Sack Ja, schau lieber nach Shit Ja, nee, da muss ich noch eine Runde abwarten Und mir den gleich holen, wenn er Wenn er sich nur da umdreht leicht Ja, der bewegt sich echt furchtbar schnell Der steht da nicht lange Oh, da kommt er hoch Perfekt, geil, 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 geil Kommt er neu her Komm schon Ich hab da doch was Jetzt muss ich mal kurz ein bisschen gehen Rennen, weil Der hat sich so schnell umgedreht Und dann geht er so schnell weg Schnell, weil ich Leiche wegtragen Nein Oh mein Gott, ich glaube, wir haben jetzt so ein Problem Wieso? Weil ich wollte gerade eine Leiche über die Brüstung schlagen Und der ist genau an der Hecke Irgendwie mit den Beinen hängen geblieben Und wenn das Boot vorbeifährt, zieht er den 100 pro Ah, Mist Komm halt runter Das ist echt nicht so toll Jetzt komm Gut machst du das, ja Ah, ich wollte sich so unlogisch und unrealistisch bewegen Ja Vor allem kein Mensch rennt, bei Wache rennt er so schnell Jetzt raus Und das Boot Und das Boot Okay, das hat nicht die Leiche gesehen Das ist schon mal sehr gut Der Nächste ist nicht so toll Der Nächste ist nicht so toll Der Nächste ist nicht so toll Willst du mich warten Ich räume am Rand gerade ein bisschen auf Woaah Ey, da ist die Zielperson Oh nein, jetzt kommt die zu zweit Ich lehne es doch erstmal nicht Oh Mann Hey Loll, wie süßt die nicht In die Luft geflogen Willst du mich verarschen? Das ist eine fucking Mine und die ist nicht in die Luft geflogen Willst du mich verarschen? Na? Ja, komm mal runter Das ist vielleicht besser für uns alle Genau So, gleich aufheben Du kannst bestimmt gut schwimmen Hier Komm hier runter Komm hier runter Habe ich gesagt Komm her Ja Ja, nee Du hättest eine Turnstall Nein, lauf nicht nach oben Komm zurück So, dann durchsuche ich den mal Und dann gucke ich mal, ob ich den dann auch irgendwie Gleich aufheben Der will doch auch irgendwie Das ist jetzt besser gelaufen als erwacht Muss ich sagen Nein Ist der Haupttyp tot? Ja Ich wollte eigentlich jetzt normalen Soldaten mit der Mine killen Und der ist reingelaufen Naja Das habe ich bei der erwischt Oh, diese Treppen Wenn du eine Leiche hebst, ey Die sind Ah ja, das Echt nervt Ah, guck, der kann schwimmen Finde raus, was Rotbau versteckt Ja Ist das jetzt eine andere Mission? Also hier ist glaube ich keiner mehr Also ich glaube wir haben die ganze Insel Aufgeräumt Ich habe außen Ja, ich habe außen auch ein bisschen aufgeräumt Ah, das haben wir unsere Ruhe Ach Leute, hier ist gerade echt viel Hier noch was Und nochmal was, Alter Drei Sammlerobjekte in seinem Büro Das ist schön Oh, ich mocke jetzt auch mal rein Wartet er hier nicht irgendwie mal? Naja, anscheinend kein Tresor Das ist schade, schade, schade Hi Naja, da haben wir ein bisschen Munition Aha Hier ist doch bestimmt irgendwo so eine Eule Normalerweise auf denen anwesend, oder? Eine Eule? Du meinst ein Adler? Ja, meine ich ja ein Adler Da! Schau ihn an! Ah ja Nicht schlecht Boah, also die sind gar nicht immer weit oben Sondern könnten auch so über Türrahmen nun so sein Boah, krass Das war aber jetzt ein kleiner Adler, oder? Gibt's große? Das war eigentlich so eine riesige, oder? Doch, der war genauso groß Nur der war direkt über der Tür Boah, wir könnten da hinten das Boot neutralisieren Naja, gut Nee, das machen wir zu Schluss Fältler Das könnte man aber wirklich machen, oder? Ja, weil das Sehr weit ewig weit weg ist Wo ist denn der? Wo kommst du hin? Naja, das ist grad blöd Ich kann's versuchen Oh nee, keine Chance Ich hab mir nicht getraut zu schießen Warten wir zu schnell Nee, aber wenn's hier wirklich in dieser breiten Fläche ist, da könnte man echt drauf schießen Oder kriegt's eigentlich keine mit Nee, mal nicht Ja gut, wir könnten jetzt auch einfach weitergehen Ja, 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 ja Wir wollten das nochmal bis das Nee, komm, wir gehen weiter Du kennst ja von da drüben auch Dann, ja, wobei Dann zerstören wir das nächste Viertelager Einmal über diese Brücke da Rot warten, jetzt ist eigentlich eh schon da Das musst du jetzt machen Warte, ich zerstöre das Ding da hinten nochmal Warte, ich lock mal den einen hierher Das schaffe ich glaub ich auch nicht Achso, du willst die Brücke erstmal zerstören Nee, weil ich hab vorhin, da ist so ne Sprengsatz Komm her Komm schon Untersuch es Oh, da unten ist einer Ganz allein Das war eine Schande, wenn man da einen Hatcher dran kriegt Wow, fantastisch Obwohl der Störte war Da unten Komm schon, untersuch den Stein So, was ist der mit dir? Der untersuch den Scheiß Stein Ich glaub, der kommt nicht aus der Zone raus Ich glaub, der kommt nicht aus der Zone raus Lull Komm her, du Depp Was? Schnell, 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 lad nach Vorsicht, du schießt Vorsicht, du schießt Wie in Assassin's Creed oder Far Cry Ah ja, Far Cry, das würd ich auch mal wieder gern spielen Ah, ein gutes Far Cry Ja, vielleicht ist ein Epic Store irgendwann mal Far Cry 5 kosten Naja, aber ich glaub, das wird dann eher Far Cry 2 oder Far Cry 3 allerhöchstens Das fahrrad ich hab mir dann schon holen, dann noch mal spielen, ey Beste Far Cry Ja, ich hab's ja eh, also Bräuchte ich ja nicht Epic Starer Ja, ich hab's auch, aber auf der Playstation Das halt trotzdem nochmal Ach so Wollen wir die Ach scheiße, kommt mir bitte ja bitte bleibt gerade nicht näher kommen ich glaube wir müssen gleich alle erschießen ich nehme den händere du von das zu lalalala da liegt kein toter lüge nicht da war doch ein geräusch perfekt und dann hier eigentlich einmal aus hat die wahrscheinlich ist hier ein sammel objekt irgendwo ich gehe mal in die man kann nie wissen vielleicht kommt jemand zurück ja schalte auch das licht aus und das hatten wir schon mal wo wir alles ausgelöscht hatten und du hast du das was war die ist habe ich doch gesagt hier ist bestimmt ein sammel objekt nicht schon gewundert wenn nicht ich habe gerade unterscheid gewehr munition gefunden dass man kann es doch finden nach krass ok hier ist eine leiter so mit leiter nehmen oder die leiter oder so aber links ist eigentlich das werden da schon kommt was zu meinten da kommen wir gar noch da muss es bestimmt sind eben noch drei leute es geht schon dahin oder bis wir garten hat wieder um die rechts und ich weiß es nicht ach so die kämpfende naja erstmal nach links gehen ach die kämpfen gar nicht gegen uns nach links der eine sich was genau perfekt bei einem lager ist bestimmt auch ein sammler objekt die haben gerade beide zurück glaube ich deswegen gehe ich mal ein stück vor oder ist eine brücke achten geschießt das licht kaputt die werden alarmiert werden dadurch wahrscheinlich der ende ist eher unten das könnte man dir eigentlich rausnehmen was falsche richtung oder was der ist meine er gehört mir das ist der grad rot ach so läuft die kommen mit gelaufen noch wow zu kämpfen jetzt die kämpfe irgendwie mit kassen sie haben nicht gesehen kann man neu laden wie die haben nicht gesehen du bist doch hier ja die haben mich anscheinend gesehen er ist gerade vorbeigelaufen und direkt rot geworden kann zu neu laden und es war sie das war richtig gemein also sie haben die glück gesagt das kämpfen gehört und dann sind sie da gleich hin gespring scheint so was also wieder extrem unrealistisch ist weil so hört man es natürlich nicht dass das war jetzt schon hardcore gemein vor allem weil ich dann noch so eine richtig dumme position hatte und ich bin nicht über die kiste gekommen ich konnte da nicht drüber springen nichts da unten zieht sich das lichter kaputt schießen mal kurz bis sie sich ein bisschen getrennt aber nicht dass alle drei in alle mir sind ja die werden so oder so oder mit das auch recht wohl einer kommt aktuell nur her den unten habe ich erschossen ja das war wie das ausrufe zeigen ich bin ja davon ausgegangen dass er jetzt wieder zu den anderen rennen und das wollte ich verhindern habe alles gefunden perfekte hast du das haben die becken geguckt da drin noch nicht so durchsuche ich den typen mal hier geht es glaube ich dann noch runter wir werden 12 von informationen finden ja gut aber wenn wir jetzt mal den scharfschützen nicht töten dann trotzdem noch die sekundär oder optionalen ziele machen wir dürfen halt den scharfschützen nicht schon nicht das soll dann die mission zu ende so so ach so ja ich weiß was du meinst ja meint wir sollten ja die information finden das wäre halt jetzt so bis auf dem weg ja aber irgendwie glaube ich dass das scharfschützen zu töten was wichtiger werde können bei den anderen missionen auch ganz schön ein bein stellen gut dann auch mal richtung reiseroute und dann ja wenn wir haben auch immer dann kommt wenn ich das die auch nicht überhaupt darüber ja wir müssen eigentlich wieder runter gehen dann müsste ich das obwohl jeder von uns einmal darunter woher gekommen sind ja genau wir müssen da runter gehen die kann liegen bleiben hier wenn der brücke ach so und ja stimmt einfach runter gesprungen hast du schaben verloren gut krass gut krass gut gegen wen kämpfen die da eigentlich die partizan oh ich speichere mal bevor wir den ganzen krass wieder laufen müssen naja was der hat uns gesehen Achtung 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 der ist alarmiert was was mal ein bisschen herkommt noch mal schießen perfekt nein nicht so ungenau die waffe auf entfernung holy shit die anderen haben es gehört Achtung der hat ein bisschen zu viel gesoffen oh shit haben ganz schön viele gehört wegen zwei lichter ausknipsen das ist doch nochmal normal vielleicht soll ich die leiche noch schon holen oh das kommt offizier das kommt auf keinen busch gar nichts zum verstecken das ist richtig gemein was ist da hinter dir auf ne da kommt auch einer aber die untersuchen eigentlich nur die lichter wenn der andere jetzt nicht gekommen wäre hätte hätte ich den spiel weg was ist jetzt los ja das ist die leiche da ist ein lauf nicht weiter junge alle die augen hat es gerade gefetzt ist er wirklich warum hast du die leiche auch dort hingelegt verstehe ich nicht ja ich habe nicht gewusst dass das gleich wieder leute herkommen ich überleg glaube ich den einen noch raus hol aber ich glaube ich gehe eher boah das sind viele in der stadt holy shit ja wir müssen aber rechts rum also bleiben wir auf der seite ja den einen könnte man ja raus ja die anderen sind so verdächtig aktiv die rennen dann sofort hin sobald wir einmal schießen ich meine prinzipiell ja prinzipiell ja ich bringe jetzt mal die leiche da weg hier bestimmt ach den einen kann man da bestimmt ein bisschen herlocken so mehr werde ich hier nicht finden ach sie haben sich berückt na ok also drüber schmeißen über die mauer geht schon mal nicht ach so den kann ich auch wieder nicht nehmen doch da hast du wieder eine lampe ausgeschossen ne stein geworfen nach nach perfekt nach wo hast du die gleichen irgendwo burger er eine Посchnścią découvreifen also eine hat gehört er hat sich dann hat andere bescheid gegeben es ist krass das ist richtig krass als wenn du so blöd also ganz blöd ist das eigentlich nicht weil wenn ich sage ich habe da was gehört ich sehe jeder mal nachschauen er gibt mir deckung oder oder wenn ich nicht wiederkommen weiß bescheid deckung aufgeflogen wieso bei dir bei mir nicht achte mich gesehen oder was ich war hinter dem augstunden bei dir war das nicht gestanden gar nicht überhaupt nicht aber dein schatten waren gezeigt also deswegen dachte ich dass sie dich gesehen haben ja du warst ja auf dem feld ich war direkt hinter einer mauer an der treppe und dein schatten der war ja noch auf dem markt selber also da haben sie sich vielleicht irgendwie aus einer ecke gesehen da war doch keiner nur der der dich den du gekühlt hast krass du jetzt kannst du alle leichen noch mal durchsuchen alles klar ja da kommen wir daher vorsicht ich lass die leiche jetzt einfach liegen ich hab da keine lust die weg zu schaffen werde ich hier nicht finden ja es reicht da glaube ich kann es ja alle die jetzt hier vorbeikommen werden sterben dass ich da wie eine gesehen hat von dort vorne sind die richtung dass deine gestanden hat da jetzt kommt es sogar dort lang nein das ist nicht gut doch 2 da 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 ok so geht es natürlich auch ja der hat mich ja ich habe es gesehen dass er dich gesehen hat so leg dich mal zu den kompanen da können wir die ganze zeit rechts hey was hat denn der ist für ein problem ich habe einen stein geworfen sorry aber doch den einzelnen könnten wir noch herlocken dachte schon dass er mich wieder gehört hat oder so das wäre es gewesen mal so ein bisschen aufpassen weil der eine grad noch dazu kommt aber der ist noch weit sein muss der stein wo lox direkt vor deiner kiste gottes willen das sieht mich ja vielleicht kannst du das von hinten raus nehmen jetzt herkommt zu mir ja krass dass ich diesmal nicht schnell genug umgedreht hat ich stehe drauf so man merkt schon der stadt des meer lichten auch so von fenstern und gedacht da kommt gerade einer war nicht gut vielleicht könnte ich den hierher locken und dann ich finde es teilweise mit der pistole am effektivsten weil das anschleichen du schleichst so langsam da das sind die manchmal so schnell also drehen sie sich entweder um oder sind so schneller wie du schleichen kannst oder 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 und man hat ja wirklich viel munition für die pistole vor allem halt ein schuss ein kill ist normalerweise ja und du findest die pistolen munition so viel dabei aufgeschreckt ich nehme den linken okay ach gott sack bist du aufgeflogen ne krass das hat mich ist auch gerade gewundert eigentlich aber er war schon relativ lange rot jetzt so fisch futter fisch futter Das ist schon das zweite Mal, dass ich sowas bringe in dem Spiel, oder? Ja. Zeher Wortgewand. So, da kommt man gar nicht lang. Oh, wie scheiße. Ein bisschen beeilen, weil da links kommt gleich einer. Zwei so kommen die Ecke. Ich überlege gerade, ob wir jetzt einfach das so durchschlagen. Okay. Okay, das hat einer gehört. Achtung. Einer ist alarmiert. Okay, da hin. So, wenn er stehen bleibt. Oh, das hat er mit dem Kappel auch. Das ist der. Gut, da ist die Kiste verpackt. So. Wow, das war laut. Das haben wir irgendwie ganz... Oh, warum sind bisher alle gelb? Hä? Das war im fucking Haus. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. Ja, aber wir müssen hier hoch, ne? Du kannst ja manchmal nochmal speichern, wenn es ist. Ja, eigentlich sollte hier keiner sein, ne? Das würde ja auch nicht angezeichnet, wenn hier... Dann gehe ich nochmal hoch und guck mal wegen Summonobjekte. Äh, da kommt gerade einer. Mhm. Also hier sind keine Summonobjekte. Ja, das ist gleich leicht, glaube ich. Ich glaube, ich schaue nochmal nach Eulen. Äh, Adler meine ich. Aber... Fick grad nix auf. Oh, shit. Da fehlt ein Mann. Die rennen jetzt alle. Oh, kacke ko... Kacke, kacke, kacke. Na, sonst wird's jetzt nicht zu mir herkommen. Alles gut. Wäre ne Sprengfalle ganz geil gewesen, ne? Ja. Ach nee, kommt schon, Jungs. Haut ab. Ich hab mal ne Mine zu ner Leiche hingeschraubt und... Och, komm schon, Jungs. Geh weg, aaaaaaah. Lol, wie ist der Genie da hinten? Oh nein, da kommt ein Panzer. Was? Da muss man das hin abfangen, ist das Ding. Konvoi zerstören, fast? Scheiße. Wir müssen den kaputt machen. Wow. Ich hab da eine Stolpermine gemacht, falls ihr... Ich hab da eine Stolpermine eigentlich für die Leute, die grad zu dir gelaufen sind. Ich dachte, dass die vielleicht zurücklaufen. Ist jetzt der Panzer und der LKW kaputt? Ne, ich glaub nicht, keine Ahnung. Ich hab nur ein Problem, weil ich hier nicht so richtig rauskomme, ja. Alter, wie viele Leute hier sind? Ja, das ist grad voll das Problem. Aber der scheint irgendwie kaputt zu sein, weil... Oder? Wow, ne, der dreht sich noch. Den einen kann ich noch mal rausknüpseln. Shit, ich müsste irgendwas... Kann ich eine Granate schmeißen? Wissen die dann, wo ich bin? Bring dir überhaupt eine Granate was gegen? Kommen wir von... Wo ist explodiert wahrscheinlich? Boah, Miss Date. Gucken grad alle zu diesem blöden Panzer. Richtig dumm gerade. Hallo, will nicht jemand da mal diese Leiche durchsuchen? Ja, genau. Laufstelle mal da hin. Speichern mal. Speichern mal, weil ich gerne zum Ding rennen würde. Ich hab jetzt mal zwei Speicherpunkte einmal, wo wir... Das noch nicht ausgelöst haben, den Konvoi. Okay, passt. Das ist mir wichtig, weil ich mag den Panzer jetzt mal versuchen zu zerstören. Oh, jetzt guck dir genau in meine Richtung. Dreh dich wieder weg, dreh dich wieder weg. Das ist mir langweilig. Na, anscheinend beruhigungswissig. Ja, wenn der weg geht, kann ich... Genau, dann kann ich die Panzer nur angreifen. Okay. Wenn du direkt hinterm Panzer stehst, check das anscheinend. Leute, weißt du, du fliegst auf und sie schießen direkt auf mich. Ja, also man kann sich an einem Panzer nicht ranschleichen. Das checken dir anscheinend. Im Panzer sagen sie, au, hörst du den hinter uns schleichen? Ja, ist doch aber so. Es kommt darauf an, wie du anschleichst, aber normalerweise kann man sich da schon anschleichen. Ne, ich war hinter den, er hat nicht mal in meine Richtung geguckt. Ach so. Ah, ich weiß nicht, wie es bei diesem leichten Panzer ist. Ich muss das Geschütz rausschießen. Habe ich jetzt eine Unterscheidmonition? Ja, habe ich. Komm schon, guck, zu mir. Ah Gott, sag... Äh, wir müssen mal kurz neu anladen. Sorry. Oh nein, genau jetzt, wo ich mir gewischt habe. Boah, das ist jetzt, das ist jetzt schwierig. Das ist echt gerade... Wir dürfen uns beide nicht verkacken, weil sonst ist einfach die... Kack am Dampfen. Höhöh. Na? So, jetzt müsste theoretisch der tot sein. Und das sieht ja nicht, dass ich da jetzt entlang laufe. Alles genau. Ach... Die, die Leichen sind die spawnen bei mir, die wir da in die Ecke gelegt haben von... Echt? Auch gut. Krass. Was Fein sucht? Was ist jetzt passiert? Nichts, nichts. Die sind... Gechillt geworden. Ne, bei mir... Bei mir... Ich wollte gerade... Der war gerade weiß und dann wollte ich eigentlich... Ach... So. Wenn die jetzt ins Gebäude kommen, bin ich voll am Arsch, ne? Ach, zu... Ach, zu dem laufen sie wieder hin, oder was? Ach, bei dem hätte ich vielleicht so eine scheiß Falle anbringen sollen. Verdammig. Boah, das sind so viele Leute, ey. Ja, kommst du her? Na, oh, oh. Nein, nein, nein. Wir müssen, glaube ich, gleich laden. Ja. Nein. Was machst du da? Ich mach gar nichts. Ich bin einfach nur da gehockt. Die haben uns die Leiche gefunden und sind direkt zu mir gelaufen. Kannst du da nicht irgendwie weggehen oder sowas? Weil ich versuche eigentlich nur den Panzer wegzumachen. Und dann kann man neu... Äh, mal uns neu orientieren. Aber der Panzer muss weg. Ja. Wieso kann ich bei dem jetzt keine... Falle anbringen? Bist du eigentlich jetzt immer noch in diesem Haus oben, oder? Das haben sie gesehen. Ehrlich. Den Kill haben sie gesehen. Nee, es hat bloß... Machst du das? Nö. Ach lol, das habe ich vergessen. Ah. Lalalalalalala. Lalalala. Lalalala. Loh. So. Panzer schon mal weg. Kann ich nochmal zwischenspeichern? Ja, kannst du mal. Blödsack. Kann man die doch eigentlich alle ignorieren und einfach mal weitergehen? Eigentlich schon, ja. Wenn du mir da vorbeikommst. Wenn du da vorbeikommst. Ich bin bei dir unten. Also ich könnte das auch hochkommen. Geht es da weiter, wo du bist? Ja, man kommt da runter. Ich habe es ja die ganze Zeit von unten gemacht. Gut, dann komme ich mal zu dir. Du, 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 du. Äh. Wo willst du hier runter? Oh, der eine kommt rein. Ausbeidung. Können wir einfach durchgehen. Ach. Lol. Durch diesen weißen Hintergrund habe ich das nicht gecheckt. Lichter habe ich schon ausgeschossen. Am besten direkt an der Wand bleiben, weil sonst sehen sie dich. Weil die da hinten sind auch alarmiert. Warum auch immer. Ich hätte schwören können, dass auf diesem Turm so eine blöde, blöde Adler ist. Aber. Nope. Naja. Aber drinnen ist wahrscheinlich was. 100 pro. Loll. Wie die einfach auch alle komplett ausflippen. What? Das Licht da neben mir müsste ich mal vielleicht auch was schalten. Ja, das wollte ich eigentlich hauptsächlich. Ich mag ja da rein. Ich mag mal gucken wegen Sammelobjekte oder sowas. Was. 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 Ich. Was. Ich. Ich. Komm. Ich. Er. Entscheide. Wunder Durchsetzeln. Ich. Eine sich umdrehen würde jetzt stein Warte, wenn man doch den schon hier hinwerft Ja, aber die anderen gucken halt alle her, ne? Setze problem Wenn wir den jetzt killen, sehen das die anderen Normalerweise ist es doch sehr dunkel hier, oder? Warte, er geht vorbei, er geht bei mir vorbei Kann ich den schon noch weiter wegwerfen? Nein, nein, bleib alles ganz ruhig Ich zieh mal lieber hin, äh Nicht schießen, nicht schießen Wow, das war knapp, holy shit, das war richtig knapp Ach, der andere rennt zu mir Der muss da schießen Ja, gut, das ist jetzt echt blöd, weil ich kann die auch nicht darüber zu den anderen bringen Aber passt, oder? Alles gut Kannst du den holen? Schieß mich mal kurz Ich hab's einfach hinten in die Ecke geschmissen Ich will da ehrlich gesagt nicht reinrennen, bevor alle weg sind Weil sonst kommen sie alle reingestürmt, weißt du? Na, sie kommt zu einem um die Ecke gerannt Hab ich's mir doch gedacht Alter, ey, wir sind schon wieder bei einer Stunde, ey Die Mission dauert ewig, holy shit Krass, ja, wir müssen Ja, auch gut Aber wir haben's eh demnächst geschafft So, die haben sich beruhigt Das ist schon mal sehr nett von denen Dann schau ich da mal rein Was soll jetzt? Ja, nicht sprinten da drin Wow, da hinten ist noch ne Tür Boah, Alter Das ist genau vorbeigegangen, als ich reingegangen wäre Ach, das ist ein Scharfschützen Du, boah, da können wir Ah, da können wir vielleicht An den einen nehme ich vielleicht mit nachkunft raus Lol, wieso sieht mich denn da Inten einer Ach so, höher geht's nicht Das wird alles Nein, ich möchte die Trille Sonst hoch Wow Und den einen noch Voll in die Leber Ja, das sollte wohl nicht so viel saufen, der Typ Da geht die Leber kaputt So, erstmal die Leiche hier wegschaffen Das wäre geil, wenn man das irgendwie ins Auto packen könnte Das Ding Natürlich geht's nicht Dann eben aufs Dach Ich wett mit euch, dass da drin ein Sammelobjekt ist Aber Ich bin ja mal nicht so Und ignorier das getrost Ich schau hin und wieder nach den komischen Adlern Ähm Ich sehe immer nur so Hennen Also so Windhennen Ich sehe glaube ich ja Nee Das ist War keiner War nur ein Job Krass, dass die so schwer zu finden sind Ich dachte, die sind so easy Hätte ich auch gedacht, ja Immer irgendwo in der Luft Also weit oben und so Riesen Statue Ja, die können ja überall sein, ne Hm So, ich komme jetzt langsam wieder runter Das erste Mal, dass ich mich so richtig wie ein Scharfschütze gefühlt habe, ne Da oben auf dem Turm runter gesnippt Deswegen, deswegen musste ich die dreimal weg snipen, weil das gerade so Spaß gemacht hat Da oben auf dem Turm Was war das, hm Gute Frage Bist du mal bestimmter Weihnachtsmann Mehr nicht Nö, wenn das sich jetzt umtreten muss ich schießen Machen Ach, sehr gut Der andere hat was mitbekommen Halt es bloß die Augen noch Mehr nicht Tja, dann eben nicht Schau mal Du wolltest doch schon immer mal schwimmen, oder? Hey Ja, der ist abgeprallt Irgendwie an einer unsichtbaren Wand Oder Wow, da kommen grad zwei runter geschossen Nimm die Le... Oh shit Wir müssen beide gleichzeitig erschießen, komm Scharfschützengewehr in die Hand nehmen Ich nehme rechten Ich den linken 3... Warte, 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 warte 3... 2... Go Perfekt Ja, die waren jetzt eine Gefahr, weil die so gerannt sind und so alarmiert waren Deswegen So einer ist doch noch um... Was muss man hier machen? Wahrscheinlich schon... Hä, lol, wir sind schon da Mit gar nicht aufgefallen So Ja Achtung, das hat er gehört, der kommt runter Ich komme runter Ich gehe auf die andere Seite, falls er dort runter geht Junge, äh, komm runter Sooo Die Mutter hat geschrien ist mit Also... Die Mutter hat geschrien ist mit Das ist auch nicht schlecht Ah, geht ab Ich hänge da Ich hänge, ich hänge Da ist ein Summer Objekt, habe ich mir doch gedacht 1 von 5 1 von 5 Ist ja klar, wieder was Neues Ich habe in der Mission echt extrem wenig gesnipert Der sollte mal wieder zum Kiefer-Tapäden gehen So, das wird euch suchen Vielleicht hat er ja was, das war ja, hat er ja Komm, 3 von 4, das gibt's doch nicht Ja, aber da ist bestimmt noch irgendwo ein Offizier Denke, ich habe jetzt alles gekrallt So Also ich sehe hier nichts mehr Kann ich anfangen zu zerstören Oder... Moment mal kurz Ich möchte mal grad was auffälliges machen Genau So, hier die gleiche hin Dann hier verminen Wozu? Und jetzt darfst du... Ja, weil da noch drei Gegner sind Hat es explodiert Und es wird den sehen Mach's gut Mach Machen Mhm Gut Ich finde das so komisch, dass ich die blöden Adler nicht sehe Das nervt mich so richtig Ich tue Sprengsatz ran Teilen hinzufügen Das ist jetzt schon Lale lala 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 lalu lalululu Chibihtihtihtu So, jetzt haben wir uns zum Schluss aufgehoben. Ah, ne, stimmt gar nicht, wir haben ja noch zwei Sachen. Stimmt, ja gut, aber wenn wir noch zwei Sachen haben, finde ich, das ist ein super Beginn für die... Ich überlege gerade, ob wir die... Na ja, zu Ende schaffen wir es nicht in der Folge. Keine Chance. Ja, es wird wahrscheinlich noch so 20 Minuten zu dauern. Ja, das glaube ich auch. Gut, dann komm, beenden wir hier. Okay. So, und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen bei dieser Folge und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss. Tschüss.